Musik 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 Ich habe meine kleine Tochter mit auch, die hat mir die Karte geschenkt zum Geburtstag und ja, jetzt sind wir hier und die freuen sich, die holen sich auch die Programme, alles super. Toll, sonst kommt man ja nie so nah dran und dass die mit den Kindern so schön da gesessen haben, finde ich richtig gut. Es ist immer gut, vor allem ich habe meinen Sohn dabei, deswegen sind wir eigentlich hier. Eigentlich kommen wir aus Delbrück, aber wir haben nächste Woche keine Zeit und deswegen mussten wir heute hier hin. Musik 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 Also es war das erste Testspiel, ich denke, da können wir die ersten Erkenntnisse rausnehmen, aber ich denke, da ist noch bei jedem oder bei uns. Bei der kompletten Mannschaft ist einfach noch viel Luft nach oben und das sehen wir mal weiter. Ja, sehr zufrieden, wir haben uns gute Chancen rausgespielt, viele Tore gemacht und hinten mehr oder weniger gut gestanden. Ja, Potenzial ist auf jeden Fall im offensiven Bereich, gegen Pressing, viele Torchancen, viele Tore. Ich denke daran, wenn wir weiter arbeiten und da werden wir uns auch noch verbessern. Musik 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 Musik